Ich glaube, meine Arbeit macht aus, dass ich eben gerne mich an Formen bediene, aber sie in einem ganz neuen Kontext zusammenbringe. Es ist immer schwierig, so ein Label auf Sachen zu kleben. Ich bin Tätowiererin und Illustratorin aus Berlin. Was inspiriert mich? Alles und nichts, weil ich ja nie abschalte, auf der Suche zu sein. Letztlich ist die Natur so eine Wunderkiste, an der man sich gut bedienen kann, weil sie wahnsinnig verrückte und unterschiedlichste Formen hervorbringt. Du hörst nie richtig auf, alles in deiner Umwelt aufzunehmen und das wird immer einen Einfluss haben auf deinen Output, auf deine Arbeit, auf das, was du machst. Das war Ursprung. Bis zum nächsten Mal.